Was soll ich dazu noch sagen? 2-0 geführt. Gut, wenn man im Tief ist, ist man im Tief drin, dann spielt man halt 2-2. Aber, dann kriegt man halt in letzter Sekunde noch ein Gegendor. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wir haben jetzt aus den letzten 4 Spielen 3 Punkte erzielt. Das ist, das ist wiederkehrende. Das Wort lass ich weg. Ich bin seit wirklich sehr, sehr lange mal wieder richtig mies gelaunt nach einem HSV-Spiel. Und der Stachel aus dieser Niederlage sitzt tief. Viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich wollte euch mal so ein bisschen meine Emotionen teilen lassen. Wenn mich jemand fragt, wer war der beste Spieler auf dem Platz, kann ich auch wieder nur den Mund halten und nichts sagen. Das wird eine harte Saison. Eine sehr harte Saison. Ich bin raus. Ciao. 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 Ciao.